So, willkommen zur Einweisung in Einsatz Schott Finnland für den morgigen Tag und den Elften, quasi den Donnerstag. Die Lage, vor 10. und 11. wird der Schiff of Defense der Schreckkräfte der Republik Finnland, General Timo Kivinen, die Bundesrepublik Deutschland besuchen und vom Generalinspektor General Eberhard Zorn empfangen. Zur Störungslage, es liegt momentan noch gar nichts vor und somit können wir da eigentlich ganz beruhigt in den Einsatz starten. So sieht der gute Mann aus. Die Finnliche Flagge, die Strecke kennt auch jeder, das war einfach bis vor zu Urania fahren, macht auf der Karte hier bei sieben Minuten auch nicht viel aus. Wir schauen, das war wieder unser Punktland. Wir werden vor jeder Fahrt die Köpfe zusammenstecken, die Seite 1, der Lotse und der Spitzenfahrer und jede Strecke dann nochmal durch. Wir werden vor jeder Fahrt die Köpfe zusammenstecken, die Strecke dann nochmal durch. Wir werden vor jeder Fahrt die Köpfe zusammenstecken, die Strecke dann nochmal durch. Licht durch. Licht durch. Augen geradeaus. Zur Meldung, die Augen links. Oder dann melden wir wieder, dass wir die Bundesrepublik Deutschland einstecken. Das ist ein. Augen geradeaus. Rüttel. Andi Queda, Fahrzeugen weg. Punkt. Und wir gehen den ganzen Tag links rüber. Dann kommt Juli. Der Blau ist nicht nur ganz gut. Zur Meldung, die Augen, links! 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 Zur Meldung! Zur Meldung, die Augen, links! 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 Die Augen, links! Zur Meldung, 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 links! Zur Meldung, die Augen, links! Zur Meldung, die Augen, links! Zur Meldung, in der Säunfinde! Und, im 6000-ometern! Nachdem, die clearance sind die Autophilie, кстати, wir haben hier noch eine knappe Nachkommenke, Dann geh ich schon mal vor, ich guck mal. Achtung! So, great job you are. Hey, Schillen! Auf, schütze! So, ich guck mal. Okay. Gegebenheit, seid ihr auf dem Blitzer links? Achten, ich weiß nicht, ob der auslöst. Ich bin ein, ich guck mal. 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 4 und 5, wir müssen jetzt mal einklappen. Am nächsten Tag ist es ein Achtung. Ich guck mal, ich guck mal. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt die General Bühler zu Kaffee und Keksen und wir starten vor 15.35 Uhr sowieso nicht. Aber davor gibt es noch ein Touch Base mit Protokoll-BMVG, ob jetzt wieder da ist. Wir kommen ohne Mantel. Für die Finnen ist es natürlich noch eine recht sommerliche Temperatur. Insofern werden sie keinen Mantel anhaben. Wachbataillon kann ich jetzt nicht sagen, weil die viermal die Formationen jetzt geändert haben. Ich denke mir, die werden damit Mantel stehen. Ihr könnt den zweiten Kranz auch gerne selber einladen, dann muss ich den nicht mitnehmen, weil ihr fahrt ja morgen sowieso ins Einsatzführungskommando mit den Kranzleuten. Das wäre mir eigentlich sogar noch lieber. Achtung! Auf, sitze! Auf, sitze! Lkw bleibt der Anhänger ein Stück groß hier. Was darf der denn so gut sein? Punkt 45. Aktuelle Uhrzeit. 15 Uhr 42. Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. 15 Uhr 42. Ungünstig. 15 Uhr 42. Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. 15 Uhr 42. Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. 15 Uhr 42. Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. 15 Uhr 43. 15 Uhr 43. Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. 15 Uhr 43. 15 Uhr 43. 16 Uhr 43. Eure Naskotte, stehen gestanden! 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 Eure Information! Eure Naskotte, stehen gestanden! Eure Naskotte, stehen gestanden! Eure Naskotte, stehen gestanden! Aber manchmal ist es so. Gewehr, ab! Richt, auf! Augenwahl, auf! Das wäre, ja! Ehrposten, ab! Ha! Ist der ein Trocken? Ja, fertig machen! Schneide! Schneide! Hey, das war's, danke! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Nacht! Guten Nacht! Ja! – – Okay. Wartet ihr denn einen einigermaßen angenehmen Abend? Ja. Ich gehe davon aus, dass wir 37 los sind. Rechts, bitte. Grüß. Grüß. Grüß.